Wir sind heute hier, um den bereits im Probelauf befindlichen Lift, den wir in dieser Woche montiert haben, offiziell einzuweiten. An erster Stelle möchte ich mich für die Unterstützung oder spontane Unterstützung der Firmen, die das ermöglicht haben, bedanken. In erster Linie für die Transportverantwortung aus Italien, und das war gar nicht so einfach, bei dachbleche24.de. Gleichzeitig bei der Firma Elektro-Schröder, bei der Firma GUT, des Weiteren bei der Firma Smolinski, allen Helfern, die beteiligt waren in den letzten Tagen. Wir hätten eigentlich hier unser Bett aufschlagen können, aber es hat funktioniert. Und den Anschnitt für den Lift, das macht Florian Rechner. Der hat uns so toll schon vertreten, einmal bei der Stadtverordnetenversammlung, jetzt auch wieder bei der letzten Veranstaltung. Leidet bitte das Band durch und gebt, und alle, jeder macht einen Schnitt. Los geht's! Ja, Florian! Somit ist er jetzt offiziell eingeweiht. Oster Köppeln vom Wingshorn und zur 23 Bad Freien Walde. Luisa Piesecke, WSV 1923 Bad Freien Walde. Emil Wissler. Springerleiter Nummer fünf. Bruno Kvastdorf, ebenfalls WSV 1923 Bad Freien Walde. Springerleiter Nummer fünf. Bruno Kvastdorf, ebenfalls WSV 1923 Bad Freien Walde. 1923 Bad Feinwalder. Miriam Hoffmann. Musik Pawel Mucha, TKKF Dzikowi Rutsch, Polen. Für Artur Biernacki vom TKKF Dzikowi Rutsch. Wir sind hier Startnummer 11, Anja Rost, WSV 1923 Bad Freienwalder. Musik Adrieu Mulak, WSV 1923 Bad Freienwalder. Musik Startnummer 13, Karla Anklam, WSV 1923 Bad Freienwalder. Musik Die Startnummer 14, Minna Anklam. Musik Musik Gabriel Griechak, TKKF Dzikowi Rutsch, Polen. Musik 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 Die Startnummer 21, Mila Tvarow vom BSV 1923 Bad Freienwalder. Musik 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 Startnummer 20, Hotemahntke, WSV 1923 Bad Freienwalder. Musik 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 Nummer 23, Adam Kowbülke aus Wutsch. Musik 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 Ich verspreche Ihnen einen wundervollen Flug. Florian, der Floh aus dem Papengrond. Ein ganz sportlicher und netter Typ. Schauen Sie mal, das ist Skispringen live von Kür. Bravo, Florian Peschner. Startnummer 27, Merlin Elske, DSV 1923, Bad Freienwalde. Startnummer 28, Alwinerholz vom DSV 1923, Bad Freienwalde. Startnummer 29, Florian Liebke, DSV 1923, Bad Freienwalde. Startnummer 33, David Jorga vom TKKF Jikuji, Wucz, Polen. Startnummer 35, Jakub Mirowski, TKF Jikuji, Wucz, Polen. Startnummer 39, nächster Springer, der Rekordhalter auf der 40-Meter-Schanze, Bartolomei Wacierk. Startnummer 40, Georg Heißler. Die Startnummer 37 befinden uns in der Altersklasse 31 bis 33 Jahre. Für Sie, für Euch, Matthäus Mitusciak. Startnummer 38, Karl Wesslau, WSV 1923, Bad Freienwalde. Die 42, Henrik Vogel. Vogel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020